Na ja, dann werden wir mal hier weiterspielen. Das haben wir hier eigentlich alles. Aladdin und die Zauberlampe. Eine Wunderlampe. Auch nicht schlecht. Aladdin und Ego der Lampe. Ja, wohl nicht. Wie ich sagte, schaden kann es ja nicht. Ja, die hat da irgendwas geredet vom Spiegel. Aber bevor ich das so mache, möchte ich mich hier mal kurz umschauen. Das wäre dann eigentlich nicht das erste Mal, aber da kommen wir anscheinend nicht weiter. Das ist ein Buch. Was haben wir hier alles? Questen? Aha, anscheinend kann man da ja nicht viel machen. Antiquitätengeschäft. Warte mal, was ist denn das? Ah, genau. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich würde mich bei dem Spiel ganz gerne etwas verstehen. Strength, I guess it comes in all forms. Aber was ich, da nehme ich ganz gerne was mit dem Spiel. Naja, warum nicht? Hätte man die nächste gehört noch auf. Die letzte. Was ist das für mich? Tod. Ach du Scheiße, ich hab's befürchtet. Naja, Tod. Die Geisterhand schwebt hier ein Schiff. Die Lampe, die Lampe hängt auch noch auf sich. Die Lampe schaue doch. Sonst heißt es wieder nicht, du scheißt dich nicht um. Naja, vielleicht hast du was übersehen. Und man kann bei dem Scheißspiel wirklich viel übersehen, wenn man hier sieht. Eben weil die Entscheidungen auch nicht relativ nah sind. Blitzschnelle Entscheidungen muss man hier treffen. Warum hast du dich da nicht umgeschaut? Aber wir haben da ja was im Märchenbuch auch erhalten. Aha, dein Tod. Schauen wir uns einmal das Märchenbuch überhaupt an. Ja. Bist du da ab? Seit 115 Jahren. Stellverdämpfer der Bürgermeister. Oder 115 Jahren. Da schaut ein relativ frisch aus. Wenn du mal wirklich nicht weiter weißt. Da stehen von den Spielkaterien, mit denen du bereits begegnet bist. Eben. Aber den Blaubaut haben wir den eigentlich auch schon gesehen. Nein, ist egal. Eben die Sachen, die du nachlesen kannst. Ist ein Blick wert. Ich meine das Schwein ist ein Wahnsinn. Colin. Ja. Ja. Die Trophäen. Ja. Gibt es auch hin und wieder. Da haben wir jetzt auch schon 3. Aha. Da haben wir das jetzt. Willkommen in Fowletown. Ein Wolfins Sheriff Kostüm. Und der lange herabschied. Und da gibt es dann auch. Ja. Einiges zu holen. Ja. Einmal mal es trinken. Eigentlich eine recht witzige, geile Story. Eigentlich. Wenn man so sagen darf. Auf Youtube. Da hast du die Einstellungen. Warte mal. Warte mal. Ich muss die Steuerung mal schauen. Durchs Inventar schalten. Aha. Charakter bewegen. Ja. Zielkreuz bewegen. Und das habe ich gemeint. Das ist ein bisschen umständlich. Charakter bewegen. Und gleichzeitig das Zielkreuz bewegen. Also das ist ein bisschen umständlich. Aber man, wie soll ich sagen. Gewöhnt sich an das. Ganze. Das heißt. Du hast Geld. Steichholzplättchen. Stoffelzen. Ring. Und eine Tatokarte. Und eine Tatokarte. Und eine Tatokarte. Okay. Das brauche ich jetzt immer. So kannst du es wegschalten. Aha. Naja. Muss man sich da jetzt mit dem Spiegel befassen. Damit ich glaube, kann ich jetzt da nicht mehr. Na. Nix mehr. Das ist. Na. Einmal. Anschauen. Ah. Das ist. Na. Eigentlich. Wo ist das? Na ja. Dann reden wir halt mit dem Spiegel ein. Ist an der Wand. Magischer Spiegel. Wahnsinn. Ich hab eine Frage. Schicht, Schicht. Schicht. Wenn du so gut bist. sagst mir alles über diese Fable. Schiet. War das so schwer? Ja. ich bin so zwei Sekunden entfernt. Schicht. Ich bin ungefähr zwei Sekunden entfernt von Kicken. Schicht. Schicht. Naja. Es gibt aber keine Anhaltung. Und die Fable möchte ich wissen. Schicht. 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 Ich weiß nicht, wie sie heißt. Naja, an der Snow brauche ich ja nicht direkt, wo es Bufkin ja auch nicht, ich weiß nicht, wie sie heißt. Hm, von Bufkin oder Holzfüller, von Snow. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Bufkin? Show me Bufkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking! Holzfüller. Show me the woodsman. Chester. Where is it? What you see is complete. The woodsman stumbles down the street. Oh shit, which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Chester, da du lebt. Show me the woodsman. Chester, da du lebt. Show me the woodsman. Show me the woodsman. Shester, da du lebt. Okay, yeah. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Shester, da du lebt. Klaue ich so, Fuh. Taro-Karte, also das hätten wir auch besprochen. Aber andererseits, was könnte man über den Ring sagen? Ja, da gibt es jetzt alle Hunde anzuschauen. Heulige Gott und Maria, der Pesto da entdeppert. Da gibt es jetzt genug zu einem schon, da haben wir mal die Zwerge da. Die Zwerge. Wie ich gesagt habe, das ist besser. Ja, das war ich. Nachdem... lange Zeit. Sie war Schneewittchen. Okay. Aha, das war er. Da war der Wolf. Das ist jetzt natürlich... Interessante Geschichte. Wächte. Doch mal, wer ist das? Ist das Schwein? Ich habe das gesehen. Das Symbol auf der Manns Klaue, ist das gleich wie die Ring. Das kann sein. Das könnte sein, ihr Vater oder sein Vater. Das hat die meisten der Ämblemen der alten Tage, und aus unserer Familie aus der Familie kommen. Wenn es hier ist, dann haben wir ihren Namen. Okay, schauen wir uns das. Aha, aber doch noch was. Ja, das habe ich jetzt gemeint, das überseht man ganz gerne. Das überseht man nämlich jetzt ganz gerne. Well, vielleicht ist es Zeit, dass es sich geändert hat. Das ist dann der Frosch. Irgendwie ein nettes Bildchen. Und jeder hat seine Eigenschaften da. Das ist der Tod. Das ist der Grimmskram. Das ist ein kopfloser Reiter. Das dürfte die Ermordete sein. Die mysterische Gestalt. Die Stadt ist ja auch Wahnsinn. Aha, da haben wir sich eh jetzt alles angeschaut. Ja, wie gesagt, man übersicht ganz gerne etwas. Okay, da haben wir sich eh alles angeschaut. Was haben wir hier noch? Mal sehen wir uns das einmal an. Ad Patrios. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kann helfen. Ich kann helfen, das ist super. Aha, oh dumme. Ich zeige euch noch. L1. Ich meine. Aha. Na ja, dann gehen wir mal ganz zurück. Äh, ja. Da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt. Ich zeige euch noch an. Aha. Was ist das? Es schreibt, Mark auf die Haus für den Trägenprinzen. Da bin ich nicht auf dem geschaut. Und dann schauen wir wir uns. Ich hoffe, du bist der frag. Ich verstehe euch. Das ist schon interessant. Nicht schrecken, normal stehe ich auf um die Zeit. Frühschicht? Nein. Da mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, aus den Axt des Waldmanns, eine Druid-Blessung. Niemand würde das Ding schreien. Ich kann nur die Übersetzung. Ich weiß nicht, was sieht sie. Das ist gut. Asios Bellum, aha. Was sagt es über das? Es sagt Bricklebit in einer älter Elfische Hand. Was ist Bricklebit? Eine magische Worte. Was macht es? Es macht die Worte Gold. Aha. Lass Tierecoach mit ihm. Irgendwie ein interessantes Büchlein. Das haben wir gerade schon. Aha, das haben wir schon. Ja, das haben wir schon. Oh, Herr Tug. Er hat wahrscheinlich das in selbst geschrieben. Okay. Das bringt nichts Neues. Eine Kutsche. Vitrum Soleas. Schade, dass man das nicht besser sieht hier. Abfeil am Bogen. Nichts. Das ist das eine. Wo ist das aus? Was ist das aus? Wo ist diese Geschichte? Das ist das, was? Das ist ein ganzes Name. Entfernen? Im Lern Leibruher. Ich gehe uschneiden. Im Lern Leibruher? Im Lern Lern? Im Lern Leibruhe. Das bedeutet alles, wie ein deutscher Kind. Dönkei-Skinn? Ja, was heißt es? Dönkei-Skinn, auch als Dönkei-Skinn, auch als Ass-Skinn, auch als Ass-Skinn. Ich würde gerne gehen. Bufkin, wir brauchen nicht den Kommentaren. Die Geschichte von Dönkei-Skinn. Es war damals ein großartiger König mit einer schönsten Königin. Die Königin bliebte und hatte ihre Frau promise, dass sie nur die schönste Frau der Königin in der Königin. Nach einer langen Suche, es wurde klar, dass die einzige Frau in der Lande, die matchen ihre Schönheit war... ... war... ... die Frau, Faith. Oh. Sie hatte eine magische Kloak, von der Haut von der Vater der Königin. Das würde sie schiefen ihre Schönheit, so dass sie escape ihre Königin. Eventually, sie hat eine Prinz, die sie über die Magische Kloak gesehen. sie hat eine gewisse Liebe, und sie hat eine glückte Zeit. Should I mark it, Miss Mell? Ja. Please. Und was ist ihr hosband? Lars. Prince Lars. Yeah, ... I mean, Her name is Faith, she was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith? Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? Ich kann den Anschlagungen nicht mehr sagen. Na ja, Hauptverdächtiger ist schwer zu sagen. Das mit den Hauptverdächtigen ist etwas schwer zu sagen. Das würde ich einmal anschließen, dass er es gemacht hat. Kann auch sein, das ist ja nicht so abwegig. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir wissen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einmal den Namen Vorhin. Gut, da haben wir jetzt eigentlich eh nichts mehr. Das ist jetzt relativ schwer einzuschätzen. Na ja, jetzt gehen wir mal wieder zum Spiegel. Wir haben drei jetzt vielleicht... Blablabla Abel. Blablabla about this fable. Of which fable do you wish to know? Uh, so... Uh huh. Fate. Fate. Show me... Show me faith. Prince Lawrence. Der Prinz ist ein Prinz, ich denke. Show mir Prinz Laurence. Was hat er schon gemacht? Wo ist das? Wo ist das? Do you know wo Prinz Laurence lebt? Wenn er ein Prinz ist, dann wahrscheinlich in den South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red Frames. Ja, das ist das. Ich kann mich da. Ja, das ist ein Prinz, ich denke. Show mir Prinz Laurence. Aha. Was hat er schon gemacht? Wo ist das? Wo ist das? Do you know where Prinz Laurence lebt? Wenn er ein Prinz ist, dann wird er wahrscheinlich in den South Bronx relocated. Yellow building, red window shutters. Ja, das ist ein Prinz. Ich kann mich da. Okay, dann sag ich mal Faith's father. Show mir Faith's father. The old king. Nice adult. Guess that crosses him off the suspect last. So, da la. Eigentlich kommen wir. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, hell have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, we have to get that. Nein, das ist schlecht. Hello, Woodlands Business Offer. Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Ich bin gespannt, wer das ist. Bigby, it's for you. Was willst du, das Auto? Oh, nicht mal. Was willst du? Bigby, shit, ist es right? That's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, boy. Oh, boy, hang on. Boy, shit. Hey! What was happening? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. Maybe we should go there anyway. They could search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Naja, Leute. Das war's mal wieder. Okay. Ciao.